Ja, Gsmartke wird echt... ...diese sportige Rekordele noch cool. Deswegen auch hier. Ich will es ja nicht, Alter. Der zieht mit allen immer überwurfen. Schmörbjabke. So. Schmörbjabke. 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 Kennst du den noch? Ne. Schmörbjabke. Schmörbjabke. Den kenne ich natürlich. Dachte erst im Moment, Georg Schmadtke. Ja, bei denen. Aber... Schmörbjabke. Schmörbjabke. Der ist der Berater. Los. Der Unterschrift wäre da, als wäre es okay. Oh, okay. Ach, siehst du, Lachmann 5, 5, 6 wollte ich mal eine Runde spielen, weil die auf dieser großen Karte umtreibend sind. Ne, oder? Ne, oder? Ne, oder? Habe ich immer? Oder die große Runde. Warum immer? Ja. Hier. Also die war immer eine Zeichnergrenzung, aber im... Aktuell finde ich sie nicht so schön. Ne. Flug der Großen, warum auch immer. Obwohl die Distanz... war gar nicht so groß anders. Die sind hier unten. Direkt. Ja. Ist aber schon schön. Von oben kommen sie nachher. Berührt. Oh, die Tür kann man durchschießen, mein Freund. Oh, ja. Ach, du bist ein Affenjunge, ey. Ein Affensohn bist du. Vorzeh, ey. Guck da genau in die Richtung in dem Moment. Ja, wo ist denn der? Jetzt schon bei euch hier. Waren wir auch in der Hütte. Bei David. Waren wir kommen? Oh, hier fängt sie voll in der Hütte. Vom Haus, ach du Scheiße. Vorsicht du unten kommen drei Leute jetzt bei David in dein Haus. Aber die feiten sich auf dem Vorhof. Ich muss mal kurz raus. Heiß ausgenommen. Ausheiß. Hm. Okay, dann kann man nicht mehr. Aber auch leider nichts. Komm mal hier zum Shop. Eine schnelle Waffe ziehen, glaube ich. Ich hab einen Mobilen Shop gefunden. Hier können wir gleich... Kann man die da angreifen? Die sind doch da, die ziehen. Ja, hab ich gerade. Das ist das Kopfgeld. Gerade. Wer drinne? Nix mehr da drinne. 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 Oh, ich muss mal Junge nicht so schnell trofen. Ich habe auch keine. Hm. Scheiße. Ja, gut. Mann, mach jetzt hier. Mann, weil ich nachlade. Nazi-Scherge. Na ja, ne du. Ja, die hat nicht so schnell. Ja. Ich geh mit mir mitzungen. Na, sechste nicht. Na, sie ist da drinne. Ich will zu gerne helfen. Ich hab 5 Schiss Oh ney, hier ist nur ein Zu-Ul-Gain-Gas Bei dir kommt einer, Robert Ach du Hure Hier sind so viele Alter Ich drück mich hier weg Das hat hier keinen Sinn Ach, Scheiß am Glück, dass du gerade kommst Oh Jürgen Kloch Jürgen Kloch Ich geh mal los Ich hab ihn schon Der hat's nicht geschafft Ist ja blöd Der liegt hinter der Mauer, hältst du da der Affe Jawoll, hab ihn Ne, ich bin nur kurz Hast du der Sniper? Ich weiß nicht, wo der ist, der Bastard Ich weiß nicht, wo der ist, der Bastard Das ist eine Träschgranate Das macht der Hohen drin Hier ist ein Messer Genau hier hinter Der hier hinten Der kommt noch einer vom Shop Da wo der Rauch ist, Jungs Genau Ah, Vorsicht Robert, genau Hast das Ding gehabt quasi, nirgends Ja Einen down Sehr schön Da sind noch ein paar Ich hab Költenes Alles easy Hast du Klappen? Hast du Klappen? Hast du Klappen? Ja Oder Kohl schnell Kohl ne Panzerungsküste Das ist egal Kohl ne Drohne Ey, die landen hier wieder Schnell landet das Ja Jetzt dreht er wieder ab Hier sind sie Wochen Die hat das schon im Weg Hier kommt noch inneren Feindliche Drohne im Einsatzgebiet Drück jetzt her Offensicht einfach vorne Naja, es war eigentlich nicht los Hier Die Drohne kriegen wir nochmal zusammen Was ist drin? Hier Wenn wir da ne guckt Ich hab drauf hier Wo ist drücken? Ach, das wird mal ein Haus ich gehe oben rein zwei down einer der letzte der pistole die lander wieder rein hier landet einer wo sind denn die waffen ich krieg hier einen anfall er liegt wegen sieben schuss jetzt die scheiße ich komme die feiten jetzt lad doch mal nach hier oben schießen sie auf euch hier unten sind sie hier nicht da in den es bleibt in erinnert anrein jetzt ist so eine fucking zone jetzt hier hier unten ist ja schon einer drinne habe ich ich habe auch noch platten hast du genug ja ich habe hier platten abgelegt mehr habe ich leider nicht hier ist besser wenn wir rechts lang gehen tatsächlich war vor uns jetzt habe ich keine platten mehr ich muss den unbedingt looten den typen nicht den königsauftrag aus ich habe einen mörser neu geholt ich habe ein bisschen kohle ich kann sowohl irgendwas was zusammenlegt kommen wir mal auf 3.000 vielleicht nochmal eine plattenbox oder ich habe keine Ahnung gegner hier oben glaube ich oder war das ein fehler nicht gewesen kann auch ein fehler gewesen lass mal vormoven wir müssen irgendwie ins nächste haus wenigsten bleiben hier unten die feiten sich vor hier oben hinten gehen ab hier hinter noch ich stehe bei dahinter jetzt ist er hier oben Mörser geht raus. K.O. Aber doch nichts. Ja, sehr gut. Du musst zwar doch nicht verlöschen. Ich werde angeguckt hier von unten um die Ecke. Wow, 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 wow. Nicht rausgehen. Drifft der Mörser nichts. Aber ich glaube, den habe ich gestätigt bekommen. Okay. Zwei Teams. Noch. Der Sniper hinten am Rand. Abschluss bestätigt mir, jetzt ist er tot. Wo ist das? Ich war das, ich war das. Der ist gut für uns, die Zone. Die halten sich. Ja. Oder hier hin. Jetzt müssen wir die Abfange einlegen von oben. Ja, komm hier hoch. Oh, der kommt nicht hoch. Der Affenbengel. Ah, scheiße. Jetzt muss er zurück schießen. Sonst flicken sie uns in den Arsch. Gehen rechts da. Ja. Schöne Runde. Ja, das war eine Creme hier runter. Ach, wie schön. Wie läuft die da? Macht der mal richtig Spaß, ey. Glaubst der kommen. Oh, diesmal. Ah, da sind sie ja wieder in die Augen. Gut. Schöne. 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 Schöne.